Unternehmen machen Open Data, das ist unser Thema jetzt und bei mir ist Benjamin Dickwald vom Fraunhofer Institut Fokus. Was haben Unternehmer davon, ihre Daten zur Verfügung zu stellen? Wenn Unternehmen ihre Daten veröffentlichen, dann sorgen sie für Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei den Endkunden und das fördert am Ende wieder oder ergibt am Ende wieder Mehrwerte für die Unternehmen und so können auch durch die Veröffentlichung der Daten natürlich auch Anwendungen entstehen. Wie kann das in der Praxis funktionieren bzw. was muss man da beachten als Unternehmen? Ein Unternehmen sollte sich grundsätzlich erst mal mit dem Thema Open Data auseinandersetzen und kann dann identifizieren, welche Datenschätze bei dem Unternehmen liegen, diese aufbearbeiten gemäß der Open Data Kriterien, also offener Lizenz, Weiterverhältnisbarkeit, Datenqualität etc. und kann diese schlussendlich zur Verfügung stellen, sodass die Daten dann auch gefunden werden können. Was kann aus Unternehmensdaten entstehen? Vielleicht ein Beispiel? Das sind in der Regel Apps oder Studien, die entstehen können und wenn Unternehmen ihre Daten veröffentlichen, zum Beispiel aus dem ÖPNV-Bereich, da kennen wir in Berlin die ÖFI-App, die einen sehr großen Mehrwert für den ÖPNV-Dienstrechster geliefert hat. Vielen Dank, das war Benjamin Dittwald vom Frontenhof Institute Focus.